Atreus! Hör mir zu. Ich hätte dich töten können. Bis du es kontrollieren kannst, geben wir keinerlei Risiken ein. Nichtst tun ist auch ein Risiko. Hast du mich gelehrt? Hör einmal auf, wie ein Vater zu denken und denk wie ein General! Nein! Das ist nur Mordi! Er war dir egal. Selbst im Tod. Was sagst du da? Mordi kam aus Furcht vor dir zu uns. Er starb an den Funden, die du schlugst. Ein echter Vorzeige, Vater. Er hat unschüpfigst. sie hat mich auch geflogen. Aber ich habe mich nicht geflogen. Und ich habe mich geflogen.